Hallo zusammen, hier ist wieder Otschela und schaut euch wieder für euch in Battle for Assault unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um dieses schicke Drohnen-Mount hier, das heißt Schatten-Dorn-Drohne. Und wo wir die herbekommen, will ich euch mal zeigen. Wir brauchen als allererstes eine Quest, die wir uns holen müssen. Die habe ich mit dem schon gemacht, deswegen switchen wir mal kurz auf den Twink. Und zwar kann ich euch jetzt mal zeigen, wo ich hier unterwegs bin. Ich bin einmal in Uldum und zwar hier unten auf den Koordinaten 20, 62. Und hier ganz unten ist ein Ei, das wir looten können und das beginnt quasi eine Quest. Und dieses Ei ist in jeder Invasion da, also egal ob die, ja hier die Invasion vom Schwarzen Imperium ist oder die von den Amantäten oder halt von diesen selektiven Viechern, das ist relativ egal. Wir gehen hier hin, nehmen die Quest an und als nächstes müssen wir die hier oben einmal abgeben. Sobald wir das getan haben, haben wir dann, wie ich das hier habe, so ein lustiges Gehege und bekommen bei diesem Typen jeden Tag eine Quest bzw. eine Daily Quest. Wie läuft das jetzt ab? Am Anfang haben wir das Ei hier stehen und wir müssen bei dem Ei insgesamt elf Quests machen, dass wir dieses Ei ausbrüten können. Das Ei hat dann so einen kleinen Rufbalken unter sich, also man sieht auch, wo man gerade steht vom Ruf und muss dann quasi den Ruf von 0 auf 5000 auffüllen. Und sobald man den auf 5000 aufgefüllt hat, das wird dann nach elf Tagen sein, also wenn ihr elf Tage hintereinander die Quest gemacht habt oder auch, ihr könnt es natürlich auch splitten, aber wenn ihr es schnell haben wollt, solltet ihr es hintereinander machen. Und sobald ihr das gemacht habt, bekommt ihr erstmal ein Toy und zwar das Akirgelege. Das kann ich euch jetzt mal schon mal zeigen. Wenn wir das aktivieren, können wir das auf irgendeinen schmeißen oder auf uns selbst auch und dann fliegen quasi lauter so kleine selektiven Viecher um das anvisierte Ziel herum. Genau, das ist soweit das erste Item, was wir dann kriegen. Und dann schlüpft natürlich das Ei und wir haben hier eine kleine Larve. Bei der Larve ist es dasselbe. Wir kriegen wieder eine Larve, die hat dann quasi einen Rufbalken unter sich. Wieder 5000 Ruf. Man muss wieder einen Haufen Quests machen und muss schauen, dass diese Larve quasi auf Max Ruf kommt. Das sind natürlich wieder Daily Quests. Das Ganze ist ziemlich Basic Stuff. Hau ein paar Mobs um, loot ein paar Sachen, bring das wieder her und fertig ist. Also da gibt es jetzt nichts Großes zu erzählen. Hier haben wir zum Beispiel auch gerade einer, der hat dieses Pad dabei. Das ist nämlich dann die nächste Stufe. Da seht ihr auch diesen Rufbalken, habt ihr gerade gesehen, mit auch 5000. Sobald ihr natürlich dann die Larve ausgebrütet habt, also den Ruf auch wieder auf 5000 hochgebastelt habt, schlüpft die Larve bzw. wird dann hier zu so einem kleinen Pad. Das schimpft sich dann Schattendorn Jungtier. Und bei dem müssen wir dann auch wieder Daily Quests machen. Und hier ist es dann so, dass wir es aber ein bisschen beschleunigen können. Und zwar gibt es dann neben den normalen Daily Quests, wo wir auch einfach nur wieder Sachen töten müssen und Items holen müssen, auch eine, wo wir eine Pfeife bekommen und dieses Jungtier quasi mit auf unsere Streifzüge nehmen können. Und hier wird es interessant. Und das ist das Erste, wo ihr so ein bisschen das Ganze beschleunigen könnt. Und zwar, wenn ihr diese Pfeife einsetzt, dann kommt nochmal so ein extra Dialogfenster. Achtung, Achtung, willst du das wirklich hier machen? Könnt ihr es nur einmal machen während dieser Quest. Und zwar holt ihr dann das Pad raus und habt 10 Minuten lang einen Buff, wo das Pad euch folgt. Und alle Mobs, die ihr umhaut, bringen dann Ruf für diese 5000, für diesen 5000 Rufbiken. Ich habe es geschafft, das erste Mal, wo ich es rausgeholt habe, 2500 Ruf zu farmen. Und als ich die Quest dann nochmal bekommen habe, den Rest komplett voll zu machen. Es geht vielleicht sogar auch, dass man die kompletten 5000 in einem farmt. Dann spart man sich natürlich einen Haufen Quests. Ich habe jetzt die komplette Questreihe abgeschlossen innerhalb von 25 Tagen. Normal sollen anscheinend etwa 30 Tage sein, das man braucht. Heißt, mit dieser Pfeifenquest könnt ihr so ein bisschen Zeit rausholen und das Ganze ein bisschen beschleunigen und schneller sein bei der ganzen Geschichte. Ich kann euch da noch empfehlen, es gibt hier unten verschiedene so World-Quest-Geschichten, wo dann ganz viele Caster an so einem Brunnen stehen. Die könnt ihr immer und immer wieder umhauen. Da sind nämlich sehr viele Mobs auf einem kleinen Raum und die haben nicht viele Lebenspunkte und dementsprechend würde sich das anbieten, um relativ schnell hier das Mount zu kriegen. Sobald ihr dann das Pad quasi auch wieder vom Ruf komplett voll gefüllt habt, also auch wieder 5000, ist es dann so, dass ihr eine Quest bekommt, dann müsst ihr hier zu diesem Schmied gehen müsst ihr dann nochmal einen Tag eine Quest machen, wo ihr ein paar Items holen müsst, dann baut ihr nämlich einen Sattel und am nächsten Tag, was bei mir jetzt heute war, am 10. konnte ich das abgeben hier bei ihm und habe das Mount bekommen. Mehr ist es nicht. Also im Endeffekt ist es einmal das Ei holen und sobald ihr das Ei holt, jeden Tag eine Daily machen, bis ihr halt dementsprechend dann bei der Quest angekommen seid, wo ihr die Pfeife habt. Und dann, sobald ihr die Pfeifenquest habt, ganz, ganz wichtig, erst einsetzen, wenn ihr viele Mobs vor euch habt und dann möglichst viele Mobs in der Zeit umklopfen in diesen 10 Minuten, sonst müsst ihr halt x Tage mehr Dailies machen und so könnt ihr euch einige sparen. Ich fliege jetzt nochmal einmal kurz runter und zwar zeige euch jetzt vielleicht noch diese Caster, vielleicht sind sie auch gerade da, die sich anbieten, wo man noch ein bisschen schneller quasi Mob-Kills generieren kann. Und ich zeige euch nochmal die anderen Drohnen-Mounts und zwar gibt es auch nochmal hier einen Drohnen-Mount, was einen roten Panzer hat und quasi so lila Fleisch, das bekommt man aus der Herzkammer für 100.000 verderbte Andenken. Und das andere Drohnen-Mount hatte ich ja euch schon gezeigt. Schauen wir da mal rein. Da haben wir hier oben genau die bösartige Drohne, das war ja das Mount vom Leichenfresser, da hatte ich schon ein Video gemacht und ja, das ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Könnt ihr in der Playlist einfach ein bisschen zurück scrollen quasi und da müsste dann das Video sein. Hier ist heute gerade zum Beispiel also ein Bonusziel ab, das könnt ihr vielleicht vorher checken, dass ihr einmal so ein bisschen in Uldum rumfliegt, wo sind die Bonusziele und dann die sucht, wo dann hier relativ viele Mobs spawnen. Ihr seht, hier sind ziemlich viele, die haben nicht viel Live, 300k hier, die Kleinen haben sogar nur 100k, also die könnt ihr ziemlich schnell wegerehen und dann geht der Ruf für das Pad relativ schnell voran. Gut, das war es eigentlich soweit für den Video-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen, sollte es der Fall sein. Würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich sehr gerne abonnieren. Euer Tla, bis zum nächsten Mal. Ciao.